Die Weihnachtszeit ist für gewöhnlich eine Zeit der Ruhe. Man trifft sich mit der Familie und lässt das Jahr gemütlich ausklingen. Wie haben die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ihre Weihnachtsfeiertage verbracht? Wir haben uns umgehört. Wie haben Sie ihre Weihnachtstage verbracht? Wir waren in Kärnten, also nach den Weihnachtsfeiertagen. War wunderschön, nur tanzen mit Maske mit dem eigenen Partner, das ist ein bisschen extrem gewesen. Wir haben zum ersten Mal meine Eltern eingeladen und meine Tante, die ist 85, die waren bei uns. Und dann hatten wir drei Generationen zu Hause und das habe ich persönlich als großes Geschenk empfunden. Eher gemütlich, Kreise der kleinen Familie, nicht allzu großartig, also nur ein bisschen, also nicht wirklich viel. Ich war bei der Familie, Schwester, Nichte und die Kinder. Ich habe sie eigentlich recht gut verbracht, leider mit Corona, aber sonst waren sie recht sehr gut. Aber im Moment ist das Problem. Ich habe sie die Knie auf der 노래en, die die Kinder anzurest stationen zu werden und